dass ich nicht mit allzu viel altlasten das neue jahr starte kommt jetzt auch noch die auslosung von dem redger lightliner gewinnspiel aber das mache ich jetzt nicht so weil keine ahnung so ein bisschen blöd ich war jetzt auch zu voll mehr lose zu basteln deswegen gehen wir jetzt mal quasi darüber mehr oder weniger an dem pc und machen das ganze mit moderner software so am pc angekommen habe ich ja mal schon vorbereitet das gewinnspiel ich habe auch schon den link eingetragen jetzt muss ich hier noch rechnen und dann youtube comments 30 und gucken wir mal wer gewonnen hat hat gewonnen von einer angebung convention gehe das ist eine sehr gute sehr gut so sehr guter vorsatz und top aktueller simulcast war scheinbar dein highlight in diesem jahr dann machst du jetzt folgendes einmal werde ich dir unter deinem kommentar schreiben ja hier ist es sogar dass du jetzt wurde ich gerade neben einer abgelenkt und zwar wollte ich eigentlich sagen dass du er ist doof wenn man während der aufnahme unterbrochen wird aber passiert du antwortest entweder hier auf meinem kommentar also auf meine antwort antwortest du oder halt unter dem video was du jetzt hier scheinbar hoffentlich siehst mit deiner adresse und wichtig wichtig pack mit leerzeichen einmal das wort beim rein und einmal gesperrt und so weiter sofort dann wird dieser kommentar nicht offen öffentlich und ich kann trotzdem seine adresse sind und kannst du zu schicken dann an alle anderen vielen dank für die teilnahme und wenn das ganze gut läuft wenn ich mich wieder durchreden kann nächstes jahr mehr content auch zu bringen wird es garantiert auch wieder öfters gewinnspiele geben deswegen folgt gerne den kanal würde mich freuen ansonsten schon mal guten rutsch ins neue jahr und bis dahin